So, willkommen zu der neuen Let's Play Minecraft Folge, also unsere erste Folge Let's Play, wir spielen schon seit 1.3 Beta, hier Alpha, 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 Beta, ist egal, und wir sind hier in den neuen Biome gespawnt von 1.2.3. Okay, 1.2.3 ist eigentlich ein Update für Bugfixes, also ist eigentlich 1.2 das Hauptupdate, und ihr seht auch hier den Dschungel, immens groß, also die Bäume sind 5 mal so groß, da hier wo bist du? Und man kann auch richtig gut Bäume hochklettern, wie zum Beispiel sowas hier, bist du mir gefällt, ja. Okay, und halt zum Übersicht von diesem neuen Update, es ist, ähm, es ist ein gutes Update, aber wie ihr gerade gesehen habt, ähm, es bornt nicht immer richtig die Bäume im Dschungel, also, ja, also es ist egal, man hat richtig viel Abenteuerspaß hier drin, man verliert sich richtig, richtig, richtig locker in so einem Dschungel, und man findet sich auch nicht mal wieder, weil, nach einer Weile sieht man den Namen einfach nicht mal hier, man kann es schon sehen, ich sehe, komm noch, und, ähm, man muss auch aufpassen, ja, also wer Abenteuerspaß hat, Bäume hochklettern, das Beste, was es gibt, und Creeper, ja, man kann es sehen, hier alles so grün, getarnt, alles Camo, oh mein Gott, du hast keine Ahnung, von Bonn beklettern, Alter. Oh, 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 okay, ich komme hier nicht hoch, lass mal hier hin, oh, ich hab, oh nein, okay, und es gibt auch einen neuen Mob, der heißt, okay, Lord, und mein Freund wird darüber erklären, was das für ein neuer Mob ist, also, okay, Lord, das ist, so eine Katze, ungefähr der Wusse als Luchses, und, ja, man kann, okay, Lord, mit Rumpfisch anlocken, und auch T7, ja, und, das war ein Finden, ja, okay, komm mal mit, ich fühle, du erklärst, ja, und der, okay, Ja, und man kann ja auch sehen, wir gehen über einen Blätterboden, und, ähm, noch was zum Okayler dazu, die Dinger sind extrem schnell, extrem wendig, und sie klettern auch gerne die Bäume hoch, was ein bisschen nervt, weil, ähm, sie schubsen sich auch gerne runter, ich glaub, ich hab da hinten was gesehen, also, es sind gelb, ne, es war nur schon, okay, Wir sind, ähm, gelb, sie sehen aus wie ein Leopard, haben Flecken, sie machen, ähm, Katzengeräusche, Alter, Ja, mach mal Essen, mach mal ein bisschen Essen, 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 Essen. Ja, du willst nur immer das Essen, Mann. Ich hab den Schrank. So. Hast du, okay. Und, ähm, wir werden jetzt mal auch einen suchen, ich kann nicht versprechen, dass wir auch einen gleich, gleich finden werden, wir werden ein Finden, Ja, weil im Dschungel ist es extrem schwer, ähm, auch in einem neuen Update werden Skelette und Zombies nicht in Tageslicht verbrennen, ich find das ein bisschen ätzend, es ist eine Veränderung, es macht es schwerer, aber, ähm, Und, ähm, meistens auch single player spielt, meistens weil ich mir sind, ja, Ähm, wo bist denn du, Mann? Ich bin wieder hier. Okay, gut. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Entschuldigung. Lass mich hier so einen Baum hochklettern. Warten wir kurz. Also, es macht richtig Spaß, hier so Bäume hochklettern, ihr seht's gerade, man muss sich, ähm, rummanövrieren, manövrieren, oh. Und, ähm, man muss auch denken, wo man hochkommt, also hier, Lianen, da, lass mich mal zuerst gehen, lass mich zuerst gehen. Oh, 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 das hat knapp, zum Beispiel sowas, da kriegt man richtig die Freude an diesem Bayern. Und hier an der Seite, hier, Daniel, hier geht's hoch, hier, schau, komm zu mir rüber. Ähm, ja, also, wir sind jetzt hier schon fast oben. Da oben sieht man schon immer. Oh, ja, man sieht schon. Man will Blöcke immer früher abbauen. Es dauert extrem lange, Blöcke im Klettern zu, ähm, abzubauen. Oh, Daniel, komm doch nicht immer gleich nach. Also, man kann sehen, wir sind lange nicht auf dem größten Baumdschungel. Wow, 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 wow. Daniel, check dir mal die geile Höhle da hinten. Komm zu mir. Wo? Hier, schau, mach mal eins gehen. Oh, das sieht schön aus. Ja, das sieht schön aus. Ja, das sieht schön aus, ja. Ich hab, äh, das ist noch mal, der konnte ich gar nicht sehen. Ach so, okay. Ich hab ein, das ist ein Computer. Weil ich hab keine Versicht. Und das macht auch richtig viel Bock, hier einfach Brücken zu bauen, da ungefähr und dann geht's da rüber und dann da rüber oder da oben. Also, cool, coole Aussicht, gerade. Aber, ja. Lass uns mal ein bisschen auf den Konzept gehen. Ah, da unten, ich hab eine auch keine gefunden. Also, man sieht's von hier oben. ich gerne ab vor euch. Also, menschenscheu würde ich mal sagen, oh mein Gott, jetzt hab ich meinen Freund verloren. Ah, ich hab, ich hab ihn, hier, komm hier rüber. Also, hier ist er. Okay, lad, extrem wendig. Komische Dinger. Kopf ist ein bisschen zu klein für den Körper, aber, den kümmert's. Leopard, grüne Augen. Ähm. Sie können auch gern, ähm, da hoch und weiter, wenn sie einen Weg finden. Und, ähm, Lianen, zum Beispiel, wachsen immer nach. Man kann sie jetzt so abbauen, man kriegt nichts, dafür braucht man eine Schere. Und sonst gibt's eigentlich nicht viel Neues, außer dieses kleine Kettchen. Kettchen. Umbring, bringt nicht. Es ist eine Verschwendung. Ja, und sonst gibt's ja auch, dass man hier noch einen Alter zufriedig wachsen bekommt. Ja, also, hey, nein, 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 komm mal hier rüber, ja. Ähm, man kann zum Beispiel ein Zombie-Kön. Alter, hier sind drei, oder nein. Der war einfach so schnell und hat sich dann nach hinten gekriegt. Also, das war diese Hülle da hinten gehen. Was muss man sagen in den Venom? Ah, ja, genau. Äh, ich wollte sagen, dass man, äh, wenn man Zombie tötet oder ein Skelett tötet, dass man, äh, natürlich Special Jobs davon kriegt. Also jetzt nicht natürlich, ähm, wow, 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 wir haben Glück, Alter. Ich hab ne Canyon gefunden, wo noch ein bisschen Dschungel drin ist. Man steht auch kurz die Schaffung, den Becken. Ah, man, Pech gehabt, das ist keine Höhle. Das ist. Das ist nur noch Schattenspiel. Ne, das ist auch schon, da haben wir gebraucht. Ja, stimmt. Ähm, warum tötest du die Schaffung? Das kriegst du nicht, ne? Ich versuche mal, da hoch, ähm, da hochzukommen auf den Berg. Oh, crap, ich hab Hunger. Oh, ich hab mal auf. Ich hab mal auf. Jep. Wir verhungern. Lass mal kurz. Lass mal kurz. Lass mal kurz. Lass mal kurz. Ein paar Kisten, eh. Ähm, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Lass mal auf den Berg gehen. Ja. Da hab ich schon dran geschaut. Das ist unser Iron. Ja. Das müssen wir uns unbedingt merken. Da können wir mal eingehen. Ja, komm mal hier rüber zu mir. Lass mal irgendwie. Ähm, ich seh dich grad nicht, aber ähm... Ich denke, ich weiß nicht. Ah, da hinten sieht man ihn wieder. Ah, da hinten sieht man ihn wieder. Mein Kumpel... Ah, nein, geh mal wieder zu Canyon zurück. Mhm. Ja, hier schau nach oben, schau nach oben. Ah, okay. Und hier hier an der Seite, ja hier an der Seite hochkommt. Ja, gleich. Und dann die Erde ab und da wieder platzieren. Und hier, wenn man zum Beispiel da nicht so hoch Bock hat, da kann man hier cool so auf den Baum hüpfen und dann hier hin und her schwenken, bis man oben auf... also man sieht die riesig, diese Bäume hin. Oh. Ich hab' ein bisschen anders. Oh, ja. Oh, was machst du? Alter, das ist nicht cool, wenn du immer gleich hinter mir hochkommst. Ja, okay, bleibt man da unten. Ich hab' ein paar Probleme mit diesem Holzblock. Also man merkt, es dauert extrem lang, was abzubauen. Zum Beispiel dieser Ball... Bayer-Holsch-Block. Ich hab' den Kopfblock. Ähm, ja. Also überleben im Dschungel. Wir haben Glück mit der Matt Daniel. Wo wollen Sie ansehen? Hier eine richtig cool Aussicht. Ein Bayern, ein Bayern, noch ein Bayern und ich glaub da hinten ist noch Bayern. Ein Multi-Biome. Ein Multi-Biome. Ein Multi-Biome. Ich hätt' so gelacht, wär's runtergefallen. Ähm, muss man auf den großen Berg hier hochhüpfen. Eigentlich wär's sicher im Dschungel, wenn wir auf den Bäumen drauf wären, aber... Ja, weil ja... Da spawnen... Die sind zu hoch für am Spawners. Dann läuft ein Kripper rum. Ich hab' keine Ahnung warum. Und die Schatten sind so komisch. Ich wundere mich gerade richtig. Ja. Und da ist so ein fliegender Block, wo cool auch drin ist. Ähm, was wir uns hier reinholen? Das ist von einer Kapsel bauen, wie du immer machst. Ähm, hast du Holz? Nein, ich hab' die Zwergung. Ich hab' zwei Wunden. Das ist ätzend. Das mache ich jetzt nicht, man. Ich mach' ein... Junge! Reiß dich! Ich hab' 100. Ich bin grad beim Film zu Hause. Wir nehmen grad bei Ihnen auf. Ist hier schon ne Spinne. Wollen wir ein bisschen jagen gehen? Leveln. Mit baren Händen. Mit Holzschwerten. Gib mal. Ich protecte dich. Hast du Holz? Ja, zwei. Ah, hier ist es Anderbion. Das noch. Nein, das ist kein Holzschwert. Uff, ein Holzschwert. Ja, stimmt. Da unten ist ein Stein irgendwann. Na, hier unten ist ein Stein. Ich komm hier runter. Warte nicht runterfallen. Ja, das ist übelsteil. Ich komm nach oben, dann kannst du wieder runter bauen. Ich bin in diesem Loch drin. Ach so, hier. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, ich komm wieder nach oben. Ich bin hier bei mir. Ich bin hier bei mir. Ich bin hier bei mir. Ja, hier los geh rein. Ich hab 15. Ja, los geh rein. Oh, komm. Ich lass den mittleren Block auf. Ich lass den mittleren Block auf. Ich lass den mittleren Block auf. Boah, Mann. Ich war immer runter. Boah, Mann. Schass hin. Wandern. ich brauche essen dringend jetzt hat mich vergiftet der gesparten